Dieser Saft bringt euch einen fetten Glow-Up. Hier tut euch eurem Körper und eurer Haut sowas Gutes damit. Vertraut mir. Hey, ich bin Josie Petit Model und zeige euch Sachen, die wirklich gut für euch sind. Also macht gerne das Plus weg, um mich zu unterstützen. Let's go! Wir brauchen Ingwer, Gurke, Karotte, Apfel, Orange und Zitrone. Karotten sind generell super krass. Haupt für unser Verdauungssystem. Und hat tatsächlich von allen Gemüsesorten den höchsten Gehalt an Beta-Carotin. Was in unserem Körper dann zum Teil in Vitamin A umgewandelt wird. Mega für unsere Zellheilung und Reparatur. Gurke ist voll mit B-Vitamin. Was unsere Haare, Haut und Nerven stärkt. Und super fürs Gedächtnis. Ingwer gilt in der traditionellen chinesischen und indischen Medizin seit Jahrhunderten als den Körper von inwärmendes Heilmittel. Hilft bei so vielen Sachen. Orangen. Auch voll mit Vitamin C. Was unsere Zellen gegen freie Radikale schützt. Auch sehr wichtig bei der Kollagenbildung. Gleiches gilt auch für Zitronen. Zum Schluss Äpfel. Nicht nur super lecker und saftig. Wir enthalten sehr viele Vitamine und Mineralstoffe. Das alles kommt dann in den Entsafter. Natürlich vorher nochmal durchgerührt. Die Portionierung hat bei mir ca. einen Liter ergeben. Und dann runter damit. Trinkt nicht alles auf einmal. Vor allem nicht auf leeren Magen. Tschüss.